Hallo und herzlich willkommen. Laut einer Umfrage von Ruhr24, wo 120.000 Leute teilgenommen haben, braucht der BVB 2023 noch Verstärkung im Sturm und in der Abwehr. Deshalb schauen wir uns das und weiteres in diesem Video über Borussia Dortmund genauer an. Euch dabei viel Spaß. Zuallererst sollte man auf die auslaufenden Verträge gucken, weil da haben sieben Spieler aktuell einen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund. Zum einen Dahoud, der Abgang ist bei ihm schon zu 100% sicher. Es passte zwar menschlich zwischen den beiden Parteien sehr gut, aber rein sportlich hat sich da wohl Borussia Dortmund mehr erwartet bei Dahoud und somit trennen die sich zum Saisonende. Bei Modest und Pasta gibt es auch keinen richtigen Grund zur Verlängerung, rein sportlich zumindest aktuell nicht. Und somit werden sie wohl auch bei der Ablösung frei wechseln können, da auch Haller besser und schneller zurückkam, als man wahrscheinlich erwartet hätte. Luca Umbau und das 21-jährige Torwarttalent von Borussia Dortmund könnte noch zu einer Verlängerung kommen. Er ist ja seit 2016 in der Jugend von Borussia Dortmund und machte in dieser Saison bei der zweiten Mannschaft in der dritten Liga sechs Spiele und dabei bekam er 13 Gegentore und konnte kein Spiel zu Null spielen leider. Also eine ausgewogene Leistung, die besser hätte sein können, aber ich denke trotzdem, dass man da verlängern wird. Bei Guerreiro sieht es nach einem ablösefreien Abgang aus, da man da wohl schon einen Ersatz hat, worauf wir gleich noch genauer zu sprechen kommen. Dann bleiben da noch die beiden Vereinslegenden Mats Hummels und Marco Reus. Beide sind noch sehr wichtig für Borussia Dortmund, also sollte man an sich bei einer guten finanziellen Einigung verlängern. Aber zum Beispiel bei Marco Reus gibt es aktuell Abgangsgerüchte. Ich denke aber trotzdem, dass beide Vereinslegenden verlängern werden. Bei ablösefreien Abgang könnte es auch zu ablösefreien Neuzugängen kommen. Laut Fabrizio Romano bei zwei Spielern könnte es zu einem ablösefreien Transfer zu Borussia Dortmund kommen. Zum einen Benzibaini, er wird ja schon sehr lange zu Borussia Dortmund gerüchtet und leistungstechnisch stimmt es ja auch erst recht die Saison. In der Bundesliga machte er die Saison 20 Spiele und dabei 5 Tore. Der 27-Jährige machte zudem bereits schon 87 Bundesligaspiele, alle für Borussia München Gladbach. Als Linksverteidiger wäre er dementsprechend ein sehr guter Guerreiro-Ersatz, aber er ist auch eher offensiv gestimmt als Linksverteidiger wie Guerreiro, obwohl man da eigentlich eher einen Defensiveren haben wollte, aber trotzdem wäre er wohl der beste Ersatz. Der nächste Spieler ist Kamada. Der 26-Jährige dreht aktuell richtig auf. In dieser Saison machte er in der Bundesliga 19 Spiele und dabei kam er auf 7 Tore und 5 Vorlagen und in der Champions League kam er in 7 Spielen auf 3 Tore, also sehr sehr gutes Setz für den 26-Jährigen. Lange dachte man bei ihm, dass er nach England ablösefrei wechseln wird, aber jetzt sieht es tatsächlich nach Borussia Dortmund immer mehr aus, wo er einen 5-Jahres-Vertrag bekommen könnte und ein Paket um die 40 Millionen. Ein weiterer sehr interessanter, ablösefreier Spieler für Borussia Dortmund auf der Linksverteidigerposition wäre Grimaldo. In der portugiesischen Liga kam er in dieser Saison auf 20 Spiele bisher und dabei konnte er 2 Tore schießen und 6 Tore vorbereiten. Er wird aktuell nach Leverkusen und Dortmund gerüchtet und wusste auch, in der Champions League zu überzeugen. 7 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen. Er wäre sehr interessant, wenn er nach Deutschland wechselt, als Spanier. Nachdem wir jetzt ganz viel über ablösefreie Spieler geredet haben, kommen wir jetzt mal zu den Spielern, die Borussia Dortmund im Sommer höchstwahrscheinlich verkaufen muss. Zum einen Jude Bellingham, der 19-Jährige, ist jetzt schon ein Anführer bei Borussia Dortmund, hat einen Marktwert von 110 Millionen und wird aktuell zu Real Madrid, Paris Saint-Germain und den 4 englischen Klubs Chelsea, Liverpool, Manchester City und Arsenal gerüchtet. Und das logischerweise bei 20 Bundesligaspielen und dabei 4 Toren und 4 Vorlagen. Und in der Champions League hat er auch nach 6 Spielen 4 Tore und eine Vorlage noch. Das ist sehr, sehr stark. Und er hat schon so ein Selbstverständnis mit seinen 19 Jahren, was extrem stark ist. Er hat einen Vertrag bei Borussia Dortmund aber noch bis zum 30.06.2025 und machte bisher für den BVB 119 Spiele. Und dabei ist er erst seit 2020 bei Borussia Dortmund. Man sollte eigentlich probieren, ihn zu halten, aber das wird sehr schwer werden. Aber wie ich mir vorstellen könnte, dass er bleibt, ist, wenn man deutscher Meister wird und in der Champions League vielleicht ins 4. Finale oder sogar Halbfinale kommt. Ins 4. Finale könnte man ja kommen, man führt ja im Hinspiel mit 1 zu 0 gegen Chelsea. Weitere Spieler, die ich verkaufen würde, wären Moiray, Moinir und Schulz. Man sollte da probieren, sie alle abzugeben, da keiner von ihnen eine richtige Rolle spielt. Moinir könnte man noch behalten, da er eine gewisse Rolle noch spielt. Aber keine sehr wichtige. Erst recht, Schulz war ein absoluter Fehleinkauf und solche Spieler sollte man dementsprechend so schnell wie möglich im Sommer loswerden. Auf der Einkaufsseite wird natürlich in der Sommertransferphase auch einiges passieren. Erst recht sollte Bellingham wechseln, weil dann braucht man da einen Ersatz. Und da gibt es aktuell 4 Optionen. Zum einen E.K. Gündogan, der bereits für BVB von 2011 bis 2016 spielte. Und er hat bei Manchester City aktuell einen auslaufenden Vertrag und weiß in der Premier League noch immer zu überzeugen. 21 Spiele diese Saison, dabei 3 Tore und 3 Vorlagen. Für BVB machte er bereits 157 Spiele und wäre somit eine super Option und wäre damit eine absolute krasse Rückkehr. Thielemans wäre ein weiterer interessanter Spieler als Bellingham-Ersatz, da er auch einen auslaufenden Vertrag hat. In der Premier League macht er in dieser Saison 22 Spiele, dabei 3 Tore und eine Vorlage. Leicester City ist aktuell nur auf dem 14. Platz in der Premier League. Sie wollen zwar verlängern, aber ich denke mit diesem 14. Platz wird Thielemans nicht verlängern. Der 25-Jährige hat einen Marktwert von 40 Millionen. Es ist zwar eher unrealistisch, dass er zu Borussia Dortmund geht, da er aktuell zu Newcastle United und Manchester United gerüchtet wird, aber es wäre ein sehr interessanter Spieler für Borussia Dortmund. Enato Sanchez ist ein weiteres Gerücht beim BVB, aber ihn halte ich für sehr unrealistisch, da seine Leistungen bei PSG aktuell nicht die besten sind und seine Bayern-Zeit in der Bundesliga ja auch nicht besonders gut war. Somit ist dieser Deal absolut unrealistisch in meinen Augen. Manu Cuné wäre ein logischer Gladbach-Einkauf für Borussia Dortmund. Er ist erst 21 Jahre alt, hat einen Marktwert von 25 Millionen und einige Klubs haben Interesse an ihm. Er hat noch einen Vertrag bis zum 30.06.2025 bei Borussia München Gladbach und dabei auch noch die Option auf ein weiteres Jahr. Gladbach will wohl um die 50 Millionen in etwa haben und das ist an sich sehr unrealistisch für Borussia Dortmund, aber sollte Bellingham für 120 Millionen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr wechseln, wäre das absolut realistisch. Damit wäre Cuné der Rekordtransfer von Borussia Dortmund auf der Einkaufsliste. Bei Borussia Dortmund ist es auch nicht unrealistisch, dass noch einige Talente kommen und da könnte er erst recht auf der 10er Position als Reus-Nachfolger in direkter Ebene oder in der Zukunft betrachtet. Was passieren noch? Zum einen Enzo Lefe, der 23-Jährige, hat einen Marktwert von 12 Millionen und spielt für die Frankreich U21-Nationalmannschaft. Im Sommer hat er nur noch ein Jahr Vertrag und in der League Orweiser aktuell zu überzeugen. 24 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen. Ein weiterer Spieler auf der 10er Position wäre Mohamed Kudusch. Er ist schon ein sehr langes Gerücht beim BVB und wird dort schon sehr, sehr lange hingerüchtet. In der Ehredivise ist er auch absolut stark. 21 Spiele, 9 Tore, eine Vorlage. Wer da sagt, das ist nicht überragend. Für den hätte man noch die Champions League, wo er in dieser Saison 6 Spiele machte, dabei 4 Tore und 2 Vorlagen, was definitiv stark ist. Er hat noch einen Vertrag bis zum 30.06.2025 bei Ajax Amsterdam und einen Marktwert von 20 Millionen. Und er ist erst 22 Jahre alt. So könnte dann das zukünftige Team von Borussia Dortmund aussehen. Das ist natürlich sehr poetisch gedacht, diese Ausstellung, da natürlich nicht alle Spieler wechseln werden und auch nicht alle Neuzugänge kommen werden. Also habe ich die Ausstellung einfach etwas willkürlich ausgesucht und sie hätte einen Altersdurchschnitt von 25,18 und einen Marktwert von 290,5 Millionen. Das sind an sich zwei normale Werte für Borussia Dortmund. Und diese Ausstellung kann man natürlich nochmal gesagt nicht ernst nehmen und so wird es auch nicht passieren. Und damit wünsche ich euch dann noch abschließend einen schönen Tag und sage Tschau und bis zum nächsten Mal.